Als Nächstes erteile ich der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fünf Wochen sind vergangen seit der letzten Regierungserklärung zur Corona-Lage, und das war kurz vor dem sogenannten November-Lockdown. Nun stellen wir fest, dass dieser Lockdown-Light die Infektionszahlen nicht hat sinken lassen. Die Neuinfektionen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die Intensivstationen füllen sich, und die Todeszahlen steigen. Wir sehen, diese Maßnahmen reichen nicht aus. Die Menschen im Land sind mehrheitlich bereit, große Einschränkungen hinzunehmen, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Auf umso mehr Unverständnis stößt es dann, wenn Maßnahmen nicht nachvollziehbar sind oder das Gefühl aufkommt, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Jetzt sprechen wir über nächtliche Ausgangssperren. Die Landesregierung hat sie gestern für Hotspots beschlossen. Das ist ein drastischer Eingriff in die Bewegungsfreiheit. Oder aber sie sind so großzügig gestaltet, mit so vielen Ausnahmen, dass sie faktisch wirkungslos sind. Da stellt sich schon auch die Frage, wer, Herr Ministerpräsident, soll diese Ausgangssperren eigentlich kontrollieren und mit welchem Personal? Meine Befürchtung ist, das ist hilflose Symbolpolitik, die nichts bewirkt und die Zahlen nicht herunterbekommt. Der Herr Ministerpräsident hat am Wochenende im Bericht aus Berlin gesagt, sinngemäß, es gebe außer Alkoholverbot und Ausgangssperren gar nicht mehr so viel Spielraum für Beschränkungen. Beides machen Sie jetzt. Aber ist das wirklich so? Die Worte des Ministerpräsidenten stehen doch beispielhaft für eine ziemlich schiefe Wahrnehmung. Es gibt doch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man ergreifen könnte, jenseits von Ausgangssperren. Der Fokus bei den Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, liegt doch sehr einseitig, fast ausschließlich auf privaten Kontakten und Freizeitgestaltung. Weite Teile des gesellschaftlichen Lebens sind doch weiterhin weitgehend unreguliert. Das gilt für das Arbeitsleben, das gilt für die Situation in den Betrieben oder auch auf dem Weg dahin in vollen Bussen und Bahnen. Während Menschen jetzt auf nächtliche Ausgangssperren vorbereitet werden, arbeiten weiterhin Menschen praktisch unreguliert, etwa in Großschlachthöfen, in Büros, bei Amazon. Homeoffice bleibt eine reine Empfehlung an die Unternehmen und ist längst nicht in allen Berufen möglich. Wenn Menschen sich in ihren privaten Kontakten schmerzhaft einschränken sollen, aber weiterhin in Werkhallen mit Hunderten Beschäftigten zusammenkommen, dann ist das ein Ungleichgewicht, meine Damen und Herren. Notwendig wäre eine Verpflichtung der Arbeitgeber, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, wo immer das irgend geht, und notfalls auch das zwangsweise Aussetzen von nicht zwingend erforderlicher Produktion. Stattdessen wird jetzt schon wieder über Sonntagsöffnungen im Einzelhandel diskutiert. Die Beschäftigten im Einzelhandel, zum Großteil Frauen, sind ohnehin schon einer hohen Belastung und einem großen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Ihnen jetzt den Sonntag mit ihren Familien noch nehmen zu wollen, meine Damen und Herren, das ist schäbig. Wenn der Applaus für die Verkäuferinnen ernst gemeint war, dann sollten wir endlich einmal über höhere Mindestlöhne und über die Stärkung von Flächentarifverträgen reden, und nicht über mehr Sonntagsarbeit für diese Berufsgruppen. Auch die Schulen sind Orte, wo längst nicht alle Maßnahmen zum Infektionsschutz ausgeschöpft sind, auch unter der Maßgabe, dass so viel Unterricht wie möglich stattfinden soll. In den Schulen ist die Stimmung vielerorts ziemlich mies. Alle Beteiligten sind unzufrieden. Die Schulen fühlen sich alleine gelassen. Die Lehrkräfte arbeiten am Limit. Schülerinnen und Schüler und deren Eltern können die Maßnahmen oft nicht mehr nachvollziehen und die sich auch noch unterscheiden von Schulträger zu Schulträger. In Frankfurt protestierten die Schüler, um auf die zahlreichen Probleme aufmerksam zu machen. Kinder und Jugendliche in den Schulen fürchten um ihre Gesundheit. Sie fürchten um die Gesundheit ihrer Familien. Sie sollen sich derzeit höchstens mit Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen und mit einer weiteren Familie zusammenkommen. Aber sie müssen weiterhin mit überfüllten Schulbüsten in überfüllte Klassenzimmer fahren. Den Lehrerinnen und Lehrern und den Beschäftigten an den Schulen geht das genauso. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat dem Kultusminister letzte Woche eine Petition mit 12.000 Unterschriften überreicht, in der sie ein tragfähiges Konzept für die Schulen im Corona-Winter fordern. Herr Ministerpräsident, das hat nichts mit Angstmacherei oder Panikmache zu tun. Die Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit, und damit haben sie auch vollkommen recht. Denn viele Klassenzimmer sind zu klein, und die Temperaturen liegen seit Tagen um den Gefrierpunkt. Aus dem Kultusministerium hört man die ganze Zeit nur weiterhin immer gut lüften, dann passt das schon. Das ist das Konzept aus dem Kultusministerium. Ja, wo bleiben denn die Luftfilter? Wo bleiben denn die Stufenpläne? Sie sagen, Herr Kultusminister, man soll lüften, und dann wird das schon alles werden. So darf das doch nicht weitergehen. Wir haben Sie bereits vor den Sommerferien gemeinsam mit der SPD aufgefordert, ein Konzept für die kalte Jahreszeit vorzulegen. Bis heute gibt es keine verbindlichen Regelungen für Hessens Schulen im Umgang mit Corona. Herr Minister, Sie reagieren immer erst nachträglich auf das Pandemiegeschehen, wenn Sie überhaupt reagieren, und Sie schieben Entscheidungen auf die lange Bank. Das Motto, Hessen bleibt besonnen, wie diese Regierungserklärung überschrieben ist, darf doch nicht heißen, der Kultusminister bleibt untätig. Stattdessen wird die Verantwortung auf die Schulträger, auf die Schulaufsichtsbehörden, auf die Schulen und vor allem auf die Schulleitungen abgeschoben. Das ist ein Trauerspiel. Ein landesweiter Stufenplan wäre notwendig, der klar die Inzidenzen benennt, der Klassenteilung und Wechselunterricht vorsieht, gerade für weiterführende und berufliche Schulen oder für einen versetzten Schulbeginn. Außerdem brauchen wir eine bedarfsgerechte digitale und hygienische Ausstattung der Schulen. Seit Jahren diskutieren wir hier im Landtag über marode Schulen. Schülerinnen und Schüler und Eltern gehen seit Jahren auf die Straße und fordern Schulsanierung. Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigen sich doch die Versäumnisse und die Folgen ausgebliebener Investitionen überdeutlich, wenn es zu wenig Waschbecken gibt, wenn Klassenräume Fenster haben, die sich nicht öffnen lassen, und wenn die Klassenräume und die Mensen einfach viel zu eng sind. Dann zeigt sich doch, wo hier die Versäumnisse sind, und das verantworten Sie, Herr Kultusminister. Auf dieses Stichwort habe ich gewartet, Herr Bellino. Das ist genau, was Sie die letzten Jahre immer getan haben. Es gibt ein Problem, dann erklärt sich das Land erst einmal für nicht zuständig, und dann schieben Sie die Verantwortung auf die unterfinanzierten Kommunen ab, wofür Sie gesorgt haben, dass die Kommunen so unterfinanziert sind. Die Schulen müssen mit Luftfiltern ausgestattet werden, und die Schulbuslinien müssen endlich doppelt besetzt werden. Das muss das Land finanzieren und nicht die Kommunen, wo sie die letzten Jahre zur Unterfinanzierung erheblich beigetragen haben. Das deutsche Bildungssystem gleicht soziale Unterschiede nicht aus, sondern es verstärkt sie. Auch das hat die Corona-Krise noch verschärft. Viele Kinder haben keinen eigenen Computer, und viele haben auch nicht einmal ein eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe lernen können. Aber der Lernerfolg darf doch nicht abhängig sein von der technischen Ausstattung in einer Familie oder auch von der Hilfe der Eltern abhängen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Schule den bestmöglichen Zugang zur Bildung haben, und dass nicht die soziale Herkunft über den Bildungserfolg eines Kindes entscheidet. Meine Damen und Herren, auf völliges Unverständnis, Herr Ministerpräsident, stößt bei uns auch der Umgang mit den Flüchtlingsunterkünften. Durch die enorm dichte Belegung, bei der sich ganze Familien oder auch völlig Fremde einen Raum teilen, haben sich in den letzten Monaten leider immer wieder Hotspots entwickelt. Massenquarantäne war die Folge. Trotzdem hat die Landesregierung alle Appelle von Wohlfahrtsverbänden und Flüchtlingsinitiativen ignoriert. Sie haben keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die wirklich gesundheitsgefährdende Situation für die Untergebrachten und für die dort arbeitenden Menschen zu entschärfen, und das, obwohl z. B. die leerstehenden Jugendherbergen explizit ihre Hilfe angeboten haben. Beifall CDU und BÜNDNIS 90, 90 % Janine Wissler Janine Wissler Schauen wir uns doch die vielen Corona-Ausbrüche an. Schauen wir uns das doch an. Das verdeutlicht doch, dass die Landesregierung mit ihrem Konzept, viele Menschen in Massenunterkünften unterzubringen, auf dem Holzweg ist. Es muss doch das Ziel sein, Menschen dezentral in Wohnungen unterzubringen. Das gilt immer. Aber das gilt besonders in einer Pandemie. Vorübergehend wären als Sofortmaßnahmen zumindest kleinere Einheiten dringend notwendig und die Auflösung der großen Gemeinschaftsunterkünfte. Solidarität darf nicht an den Außengrenzen enden. Deshalb will ich auch in dieser Rede darauf hinweisen, dass noch immer Tausende Menschen in Moria und in anderen Flüchtlingslagern unter unwürdigsten Bedingungen in Zelten ohne sanitäre Anlagen, Heizungen und medizinische Versorgung leben. Jetzt kommt der Winter, und es ist eine Schande für die EU und ihre Mitgliedstaaten, dass man diese Menschen, darunter viele Kinder, in Not und Elend im Stich lässt. Auch hier hat Hessen eine Verantwortung, sich dafür einzusetzen, dass Deutschland Menschen aufnimmt und ihnen eine sichere Unterkunft bietet. Es ist natürlich vollkommen verantwortungslos, dass trotz des Höchststands von Corona-Infektionen unabhängig von Reisewarnungen und Risikogebieten weiter abgeschoben wird. Es braucht doch jetzt einen pandemiebedingten generellen Abschiebestopp, so wie es ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert, darunter der Paritätische, die Diakonie Hessen und Pro Asyl. Anders als zu Beginn der Pandemie sind Dublin-Überstellungen nämlich nicht ausgesetzt. Es wird beispielsweise weiter abgeschoben in den Hotspot Madrid. Dabei sollte doch eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, wenn keiner reisen soll, dann darf doch erst gleich keiner abgeschoben werden in Zeiten der Pandemie, meine Damen und Herren. Das sollten doch alle, die sich als Christen verstehen, insbesondere die, besonders zur Weihnachtszeit, einleuchten. An dieser Stelle will ich auch noch einmal grundsätzlich sagen, zu dieser alles dominierenden Debatte über Weihnachten und über die Feiertage. Alle reden über Weihnachten und sagen, wie wichtig es ist, dass die Familien an Weihnachten zusammenkommen können. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein kleines bisschen mehr Sensibilität gegenüber Muslimen und Juden gegeben hätte, die während des ersten Lockdowns Ramadan und Pessach gefeiert haben und die dafür öffentlich zum Teil angefeindet wurden, weil sie sich abends mit der Familie zum Fastenbrechen und Beisammensein getroffen haben. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Sensibilität für religiöse Feiertage gehabt hätten, wo Menschen zusammenkommen wollen. Ich hätte mir gewünscht, dass es die eine oder andere Anfeindung oder die Anfeindung in diesem Zusammenhang nicht gegeben hätte. Meine Damen und Herren, das Gesundheitssystem ist mittlerweile am Anschlag. Die Gesundheitsämter sind überlastet. Die Infektionsketten lassen sich nicht mehr nachvollziehen. Jahrelang wurde dort Personal eingespart. Man hat den Sommer nicht genutzt, um neues Personal einzustellen. Jetzt haben wir die Bundeswehr, die Teile dieser Aufgaben übernimmt. Das zeigt, wie dramatisch die Personalsituation ist. Wir brauchen noch gut ausgebildetes Personal in den Gesundheitsämtern, das dauerhaft dort ist und nicht die Bundeswehr dort. Die Menschen in den Krankenhäusern, in den Praxen, in den Pflegeeinrichtungen gehen längst an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus. Sie riskieren ihre eigene Gesundheit, um den Kampf gegen das Virus und für die Gesundheit ihrer Patienten und Bewohner zu führen. Was macht die Landesregierung? Nachdem man jahrelang den Pflegenotstand ignoriert hat, fordert der Gesundheitsminister unlängst die Aufhebung von Personaluntergrenzen. So hilft man dem Gesundheitssystem nicht. Leider wurde auch hier die Zeit über den Sommer nicht genutzt, um zusätzliches Personal einzustellen, um zusätzliches Personal zur Unterstützung auf den Intensivstationen umzuschulen oder um ausgeschiedene Pflegekräfte für den Beruf zurückzugewinnen. Statt das Personal noch weiter zu belasten, brauchen wir endlich angemessene Maßnahmen gegen den Pflegenotstand und für die Entlastung des Pflegepersonals. Das Stufenkonzept für die Kliniken funktioniert nach Aussage von Betriebsräten und Klinikleitungen vielerorts nicht. Viele Intensivkapazitäten werden immer noch für verschiebbare Operationen reserviert, weil Wettbewerbslogik und Kostendruck durch die Fallpauschalen die Kliniken dazu zwingen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Freihaltepauschalen für die Intensivpflege auch wieder gezahlt werden und auch gerade für die kleineren Kliniken wieder gezahlt werden, weil dort die Situation extrem angespannt ist. Wir brauchen die Kapazitäten dringend, um die COVID-Patienten auf den Intensivstationen zu pflegen, meine Damen und Herren. Genauso angespannt ist die Situation in der ambulanten Pflege und auch in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Zwei Drittel der Menschen, die im November mit einer Infektion an COVID-19 gestorben sind, lebten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Schon in der ersten Welle der Pandemie waren viele Altersheime Schwerpunkte von Infektionsketten. Anders als in der ersten Welle wissen wir aber heute eine ganze Menge mehr über das Virus. Es gibt Hygienekonzepte, und es gibt inzwischen auch funktionierende Schnelltests. Nur die müssen eben auch eingesetzt werden. Hier wurde der Sommer nicht genutzt, um entsprechende Strategien vorzubereiten, um wirklich ausreichend FFP2-Masken zu beschaffen, um die Schnelltests zu beschaffen. Und der Leidtragenden sind dann eben die Pflegebedürftigen, aber eben auch die Angehörigen und das Pflegepersonal, die doch immer fürchten müssen, unwissentlich für die Einschleppung des Virus in den Einrichtungen verantwortlich zu sein. Wir brauchen, wir dürfen die Menschen in den Pflegeeinrichtungen, sie dürfen nicht vereinsamen. Sie müssen Besuch empfangen können, und dafür brauchen wir die guten Rahmenbedingungen. Ich will an der Stelle nur eine Sache sagen zu Herrn Rock, der eben an die Adresse der Linken gesagt hat, dass Biontech doch so ein gutes Beispiel dafür war, wie gut Marktwirtschaft und private Unternehmen funktionieren, weil man ja ganz, ganz schnell einen Impfstoff entwickelt hat. Ich will nur, dass nicht ganz vergessen wird, dass der Bund 375 Millionen € im Bereich der Forschung dazugegeben hat. Also, es war jetzt nicht so, dass der Markt das allein geregelt hat und dieses privatwirtschaftliche Unternehmen das ganz allein geschafft hat, sondern hier gab es eine massive staatliche Unterstützung bei der Erforschung von Impfstoffen. Das soll ja nur nicht vergessen werden in der Debatte. Es gibt viele andere Menschen, denen nach Monaten der Pandemie aus unterschiedlichen Gründen langsam aber sicher die Kraft ausgeht, oder das Geld, oder nicht selten auch beides. Menschen mit Behinderungen etwa sind von Einschränkungen besonders stark betroffen, auch weil sie oft zur Risikogruppe gehören. In den Sozialschutz- und Rettungspaketen ist für diese Menschen und auch für ihre Einrichtungen kaum zusätzliche Unterstützung vorgesehen. Ökonomisch sind Menschen in den Branchen besonders betroffen, die schon seit dem Frühjahr leiden, etwa die Reisebüros, die Schausteller, der Kultur- und der Veranstaltungsbereich. Dort herrscht Alarmstufe Rot. Wo die Arbeit nicht untersagt wird, sondern einfach die Aufträge ausbleiben, greifen die sogenannten November- und Dezemberhilfen oft gar nicht. Die Novemberhilfen sollen jetzt, anders als ihr Name vermuten lässt, erst im Januar aufbezahlt werden. Auch das bringt natürlich Menschen finanziell in die Bredouille, und das bedeutet einfach weitere Unsicherheit. Dann gibt es noch die andere Seite der Medaille. Das sind Unternehmen, die profitabel sind und diese Krise offensichtlich ganz gut nutzen, um Arbeitsplätze in der Region abzubauen. Ausgerechnet jetzt in der Krise, wo bei vielen Familien das Geld knapp ist, wo die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt besonders schwierig sind. Unternehmen wie Continental, Coca-Cola oder Hitachi ABB schließen grundsätzlich rentable Werke, um ihre Profite zu optimieren. Das halte ich wirklich für eine Sauerei. Die Beschäftigten haben im Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze unsere Unterstützung. Es geht hier nicht um Kostenfaktoren auf zwei Beinen, sondern es geht um Menschen, um ihre Familien und um deren Existenzen, und es geht um ganze Region. Ja, und da würde ich mir schon wünschen, dass der Herr Ministerpräsident und sein Wirtschaftsminister einmal klare Worte finden und Positionen für die Beschäftigten beziehen würden, statt immer hilflose Appelle an die Konzernzentralen zu senden, hier einmal deutlich zu sagen, was man davon hält und dass man auf der Seite der Beschäftigten steht, die um ihre Arbeitsplätze kämpfen und den Reichtum dieser Unternehmen durch ihre Arbeit erwirtschaftet haben. Auch der große Corona-Profitur Amazon kündigt in der Pandemie menschenkrankheitsbedingt. Übrigens gibt es dort immer noch keinen Tarifvertrag. Die Lufthansa erhält umgerechnet fast 231.000 € an staatlicher Hilfe für jeden der 39.000 Stellen, die sie jetzt vorhat, zu streichen. Wenn man sich vorstellt, wie viel Geld in Form von stiller Beteiligung und Kreditabsicherung die Bundesregierung bereitgestellt hat für die Lufthansa, diese Arbeitsplätze hätte die Bundesregierung retten können, hätte sie retten müssen, wenn man Arbeitsplatzgarantien verlangt hätte, dann müssten die Beschäftigten bei der Lufthansa und der gerade verkauften Tochter LSG nicht um ihre Arbeitsplätze bangen. Diese Beschäftigten wurden im Stich gelassen. Wenn man Unternehmen rettet und viel Geld reinsteckt, Herr Boddenberg, dann kann man doch nicht sagen, wir verzichten auf jegliche Mitsprache und auf jegliche Arbeitsplatzgarantien, weil das ist doch das, was gerettet werden muss an diesem Unternehmen, das ist doch das, was gerettet werden muss, die Beschäftigten, die all die Jahre für die Lufthansa in der Luft und am Boden gearbeitet haben. Nicht vergessen dürfen wir auch die Menschen, die ihren Minijob verloren haben oder ihren studentischen Nebenjob in der Gastronomie, im Fitnessstudium einzuhandeln. Viele von ihnen haben nicht einmal Anspruch auf Arbeitslosengeld und finden in der derzeitigen Situation auch kaum etwas Neues. Wer seinen Job noch hat, muss zum Teil mit erheblichen Lohneinbußen klarkommen. Es gibt immer noch Hunderttausende hessische Beschäftigte in Kurzarbeit. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind im zweiten Quartal 2020 die Reallöhne gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,7 % gesunken, in einzelnen Branchen noch viel dramatischer, um 17 % im Beherbergungsbereich, 14 % in der Luftfahrt, 11 % in der Gastronomie. Wer vorher schon ein niedriges Einkommen hatte, den treffen Gehaltseinbußen durch die Kurzarbeit ganz besonders. Bei einem Niedriglohn kann das dazu führen, dass man unter die Armutsschwelle rutscht, und davon sind überdurchschnittlich viele Frauen betroffen. Wer Einkommenseinbußen hinnehmen muss oder sogar seinen Job verliert, der hat auch nicht selten Probleme, seine Miete noch zu bezahlen. Gerade in einer solchen Situation muss die Landesregierung doch alles in ihrer Macht Stehende tun, um Mieterinnen und Mieter vor Mietschulden und schlimmstenfalls den Wohnungsverlust zu schützen. Dass ausgerechnet die landeseigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte jetzt gerade angekündigt hat, ab dem Jahreswechsel ihre Mieten wieder zu erhöhen, ist ein vollkommen falsches Signal. Schutz vor Corona braucht ein sicheres Zuhause. Das haben nicht alle, weil sie Gewalt in den eigenen vier Wänden ausgesetzt sind und in dieser Pandemie noch schwieriger dem entkommen können, oder weil sie gar keine Wohnungen haben und Ausgangssperren auch gar nicht befolgen könnten. Die Obdachlosen sind vollkommen ungeschützt vor Winterkälte und Infektionsgefahr. Sie brauchen sichere Unterkunft und medizinische Versorgung. Alkoholverbote im öffentlichen Raum und Ausgangssperren helfen da gar nichts. Meine Damen und Herren, Kultur macht eine Gesellschaft aus, und sie ist systemrelevant. Der Kulturbereich ist in einer ganz besonders schwierigen Situation. Auch hier sollte es einen Fahrplan geben und so viel Planbarkeit wie möglich. Es sollte geregelt werden, unter welchen Bedingungen etwa Theater, Kinos oder Museen öffnen können. Wann auch immer die eintreten, die 5- oder 3-Quadratmeter-Regel, oder sind Luftfilter dann Pflicht? Das alles könnte doch heute schon vorbereitet werden, statt es dann wieder kurzfristig vor den Öffnungen zu verkünden. Aber dazu müsste man halt einmal ein paar Wochen und Monate vorausdenken. Meine Damen und Herren, es gibt viele Menschen, die auf die Straße gehen und protestieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze oder für eine gerechte Verteilung von Hilfen in der Krise. Es gibt viele Kritikpunkte an den Corona-Maßnahmen, die berechtigt sind. Und es gibt den Popanz, den die AfD und die sogenannten Twerdenker veranstalten, mit Demonstrationen ohne Einhaltung von Abständen und Mund-Nasen-Schutz. Demonstrationen, an denen auch Abgeordnete der hessischen AfD teilgenommen haben, bei denen sich Neonazis tummeln und rechte Verschwörungsideologen und Reichsbürger, wo Reichskriegsflaggen und Holocaust-Relativierungen vielerorts das Bild prägen. Weil Sie das eben angesprochen haben, in der Tat erinnere ich mich daran, dass die AfD anfangs ganz anderer Meinung war, was die Maske angeht. Im März, ich erinnere mich, hat Herr Heidkamp hier gesprochen und hat gesagt, dass die AfD gar nicht verstehen könne, warum es nicht längst eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gäbe. Das würde doch alles schützen. Dann haben Sie kritisiert, dass es hier vom Plenarsaal nicht einen Karton gibt, woraus sich alle Abgeordneten mit Masken kostenfrei bedienen können. Damals hat Ihre Fraktion geklatscht. Heute reden Sie von der Merkel-Burke. Jetzt klagen Sie von dem Staatsgerichtshof dagegen, dass die Abgeordneten im Plenarsaal Maske tragen müssen. Ich habe mir das durchgelesen. Sie begründen das unter anderem damit, dass die Maske zu posttraumatischen Störungen und Herpes führen könnte. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Dafür muss man schon ziemlich verquerdenken, um auf so etwas zu kommen. Jede Krankenschwester trägt Maske, Schulkinder bekommen das hin, aber die Burschenschafter und die Identitären von der AfD haben Angst vor Traumata und Herpes an den Lippen des Volkskörpers. Das ist doch lächerlich, was Sie hier machen. Ich komme zum Schluss. Die Infektionszahlen sind zu hoch, und es braucht dringend geeignete Maßnahmen. Ich habe in meiner Rede dargestellt, dass Bund und Länder nicht bereits alle Möglichkeiten im Arbeitsleben, in den Schulen und im ÖPNV ausgeschöpft haben, sodass nur noch Ausgangssperren blieben und nichts anderes. Ausgangssperren sind ein starker Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Die Einschränkung von Grundrechten muss eng begrenzt und gut begründet sein. Die Parlamente müssen einbezogen sein. Dort müssen die Debatten auch öffentlich geführt werden, und zwar nicht erst, wenn die Verordnungen beschlossen sind. Herr Ministerpräsident, da hätten Sie die Möglichkeit gehabt, bevor Sie heute Ausgangssperren verkünden, was Sie gestern Abend vor dieser Debatte hier beschlossen haben, diese Debatte heute hier zu führen und danach Entscheidungen zu treffen. Das wäre sinnvoller gewesen. Dann hätten wir eine öffentliche Debatte hier gehabt und sich eine Einbeziehung des Parlaments bedauert, dass Sie diese Chance auch diesmal wieder haben verstreichen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. – Für die Fraktion der CDU darf ich der Fraktionsvorsitzende der CDU der Kollegin Ines Klaus sprechen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute schon viel über Weihnachten gesprochen. Ich habe auch gehört, dass die Frau Wissler stört. Trotzdem will ich auch darauf hinweisen, dass in zwei Wochen Weihnachten ist. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sich die Menschen damit beschäftigen, wie es mit Weihnachtswünschen aussieht. Ich denke, uns verbindet alle ein Wunsch, dass wir sagen, dieses Corona-Virus sollte endlich vorbei sein, und endlich wollen wir wieder geordnete Bahnen haben. Doch draußen gibt es momentan keine Weihnachtsmärkte. Es finden auch keine Weihnachtsfeiern statt. Die Gastronomie ist zu. Trotzdem ist nicht alles ruhig und besinnlich, sondern die Menschen sind besorgt, und in Teilen sind die Menschen auch genervt. Diese beiden Welten müssen wir an dieser Stelle zusammenführen. Der Lockdown-Light hat das Ansteigen der Werte gebremst, aber das Virus noch nicht gebrochen. Es gibt viele Inzidenzen, Werte und Belegungszahlen. Aber klar ist, die infizierten Zahlen sind weiter zu hoch. Worüber reden wir eigentlich? Alle vier Minuten stirbt momentan in Deutschland ein Mensch. Das bedeutet, am Ende dieser Redezeit zur Regierungserklärung sind 35 Menschen vermutlich an Covid oder durch Covid verstorben. Deswegen wurden bereits im November Maßnahmen getroffen, die zur Verhinderung einer nationalen akuten medizinischen Notlage getroffen wurden und diese verhindern sollten. Das ist zunächst passiert. Ja, es sind Beschränkungen, Einschränkungen, die schwer sind. Und es sind solche, die jeden und alle treffen. Sie belasten alle die momentan sehr schwer, deren Geschäfte komplett geschlossen sind, wo Veranstaltungen überhaupt nicht stattfinden. Und es ist auch besonders schwer, zum Beispiel für die Menschen in den Pflegeheimen oder auch in den Krankenhäusern. Und insoweit verwundert mich das, was ich gerade vom Kollegen Rock gehört habe, dass wir diese Menschen, die schon so stark eingeschränkt sind und so stark leiden, noch weiter einschränken und sie wegschließen. Das sehen wir nicht als Schutz an. Er hat gesagt, da müssen wir zielgenau draufschauen. Da sollten wir ziemlich genau abriegeln. Das war so der Duktus dahinter. Aber er hat auch gesagt, es muss verstärkt getestet werden. Ich sage Ihnen, wir sind doch weihnachtlich unterwegs. Es wird doch dort verstärkt getestet, um diese Menschen zu schützen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich weiß auch, wie man sich jeden Tag als Eltern fühlt. Man fürchtet, dass eine Nachricht kommt, dass in den Schulen ein Corona-Fall da ist oder auch im Kindergarten und dass dieser dichtgemacht wird. Ja, ich verstehe da die Sorgen und die Nöte. Aber wir haben doch die Zahlen gerade noch einmal gehört. Die Zahlen sagen uns sehr deutlich. Die aktuellen Zahlen sind an 1.800 hessischen Schulen. Es ist heute eine Schule geschlossen. Das sind 1,4 % der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Ich finde es gut, dass wir 84.000 anlasslose Testungen bei Lehrerinnen gemacht haben, die gesagt haben, dass dort auch die Quote wirklich negativ und gering ist. Und dass es gut ist, dass wir es gemacht haben und dass das der richtige Weg ist. Und deswegen komme ich auch noch einmal zum Wechselunterricht. Er wird ja vielfach gefordert. Und er mag in Teilen ja auch sinnvoll sein. Und er mag in Teilen ja auch sinnvoll sein. Aber wir sollten das doch auch ganz betrachten, das Thema. Was bedeutet das denn, eine Woche Unterricht und eine Woche kein Unterricht, de facto erst einmal zu Hause seien? Da muss man doch mitdenken, wer betreut die Kinder denn dann zu Hause? Dass es eben gerade nicht zu Bildungsnachteilen auch kommt. Und das verstehe ich nicht in dieser Diskussion, dass das gerade auf der Seite auch von der SPD immer zu kurz kommt. Und ebenso wenig verstehe ich ständig den Angriff, dass da keine Lüftungsgeräte reinkommen in die Schulen. Das hat der Kultusminister auch schon mehrfach ausgeführt. Es mag stark frustrierend sein, dass in einem so hoch industrialisierten Land wie Deutschland es nichts Effektiveres gibt, als die Fenster aufzumachen und durchzulüften. Das ist aber der Fall. Das Durchlüften, das Quer- und Stoßlüften ist die effektivste Maßnahme, um die Aerosole aus den Klassenräumen zu kriegen. Und insoweit stehen wir auch dahinter. Wenn ein Stoß- und Querliften, das gehört ja auch dazu, nicht möglich ist, dann hat die Hessische Landesregierung auch Geld zur Verfügung gestellt, um Lüftungsgeräte zu beschaffen. Zuständig dafür sind aber, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, die Schulträger. Und das hat nichts damit zu tun, dass man hier Zuständigkeit abweist. Nein, sie ist dort, aber wir sind ja dort auch in die Verantwortung gegangen und haben das Geld zur Verfügung gestellt. Und mehrfach heute in der Diskussion haben wir gehört, der Ministerpräsident hat das alleine entschieden. Der hat die Ausgangssperre alleine entschieden. Nein, hat er nicht. Das Corona-Kabinett hat diese Ausgangssperre entschieden. Und das Corona-Kabinett hat auch Verfassungsrang. Und das gliedert sich genau da ein, worüber wir die ganze Zeit im Bereich der Parlamentsbeteiligung auch sprechen. Das System, und da wiederhole ich mich gerne nochmal, ist wie folgt. In Krisensituationen sieht unser Grundgesetz vor, dass aufgrund eines Gesetzes Verordnungen getroffen werden können. Und diese Verordnungen wurden getroffen durch die Hessische Landesregierung seit März, hier vielfach besprochen. Und die letzte Maßnahme gerade ist die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Und dazu kommt ja noch, wenn Sie sagen, das habe ich von der SPD gehört, die hätte ja viel früher kommen müssen in Hotspots. Dann komme ich auch da nochmal zu einem Punkt der Parlamentsbeteiligung. Dann hätten Sie dazu jederzeit ein Gesetz machen können zum Erlass einer Ausgangssperre in Hotspots. Das hätte man machen können. Ein Antrag hätte auch genügt. Alles hätte in diesem Bereich genügt. Aber ein reines, das ist zu spät, das ist auch zu spät, und da haben Sie sich nicht darum gekümmert, das reicht nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Und weil wir uns auch an der Stelle beim letzten Sonderplenum als auch insgesamt um die Parlamentsbeteiligung gekümmert haben, haben wir ein Gesetz eingebracht, das das nochmal festschreibt, das festschreibt, dass dieser Grundsatz gilt, es werden Verordnungen gemacht, bis dieses Haus sagt, wir machen ein eigenes Gesetz. Jetzt bin ich nochmal bei der Wahrheit. Das gehört auch dazu, dass wir gesagt haben, wenn die Opposition eine schriftliche Anhörung möchte, auch zu unserem Gesetz, dann bieten wir an, dass wir gemeinschaftlich den Hauptausschuss nach vorne ziehen, dass eine schriftliche Anhörung noch stattfinden kann, damit wir im regulären Turnus unser Gesetz beraten können, wobei am Ende immer stehen muss, dass dieses Gesetz zeitnah beraten werden muss, weil uns die Parlamentsbeteiligung wichtig ist. Nur dieses Angebot wurde nicht angenommen. Insoweit haben wir gesagt, wir machen unser Gesetz. Wir beraten es nachher in zweiter Lesung weiter und auch in dritter, sofern gewünscht. Sie haben gesagt, Sie machen eine Anhörung zu Ihrem Gesetz. Das ist völlig legitim. Dann müssen Sie sich aber auch dem Vorwurf gefallen lassen, das kann dann dauern. Frau Kollegin Claus, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Lambrou? Nein. Das kann dann eben auch ein bisschen dauern. Aber sagen Sie nicht, das ist hier eine schlechte parlamentarische Sitte. Es hat alles stattgefunden, sogar zu unserem Gesetz hinweisend. Insoweit wollte ich es an dieser Stelle noch einmal klarstellen. Ich lade Sie auch weiterhin herzlich ein, bei unserem Gesetz mitzumachen. Ich finde, wir haben da ein kluges, ausgewogenes Gesetz gemacht, das aufgrund der Strukturrechtsverordnung gesetzt agiert und jede Verordnung hier im Parlament betrifft. Sie haben gesagt, Kernpunkt Ihres Gesetzes ist, alle Verordnungen, die länger dauern als vier Wochen, sollen hier besprochen werden. Aber was haben wir denn jetzt? Aufgrund der Bundesebene und des Bundesinfektionsschutzgesetzes sind alle Verordnungen nur für vier Wochen zu befristen. Insoweit läuft Ihr Gesetz hier ins Leere. Deswegen herzliche Einladung, machen Sie bei unserem Gesetz mit. Das ist auch unser Verständnis von Parlamentsbeteiligung. Ein letzter Punkt dazu noch einmal. Ja, das Corona-Kabinett hat entschieden, eine Ausgangssperre zu machen. Diese Ausgangssperre tritt am Freitag in Kraft. Eigentlich sind wir genau an dieser Stelle, die Sie immer haben wollten. Eine Verordnung wurde gemacht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Zwischendrin soll sich der Hessische Landtag damit befassen. Genau das machen wir gerade. Sie haben auch gesagt, es geht bei dem Hinweis unseres Ministerpräsidenten in Richtung Ralf Brinkhaus, nicht um Bouffier oder Brinkhaus, Merz oder Laschet. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Mitfinanzierung dieser Krise. Es geht unter anderem auch um unser Sondervermögen in Höhe von 12,5 Milliarden €. Ich verstehe es an dieser Stelle, dass Ihnen das unangenehm ist und dass Sie dieses Thema zur Seite schieben, weil Sie gegen dieses Thema klagen. Aber auch das gehört so weit dazu, dass wir da nicht Nebenkriegsschauplätze aufmachen, sondern dass wir an dieser Stelle sehr deutlich sagen, wir finanzieren sehr kräftig bei dieser Krise mit. Das aus Überzeugung und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt. In diesem Paket sind übrigens auch Hilfen für Ausbildungsplätze drin, die Sie auch gefordert haben. Sie haben auch die Firma Opel und die Demonstration erwähnt. Nur weil an diesem Tag keiner da war, heißt das nicht, dass wir nicht auch dort gewesen sind. Das sage ich Ihnen sehr deutlich, dass die zuständige Wahlkreisabgeordnete, die Sabine Bessile-Scholz als auch ich frühzeitig mit der Firma Opel im Gespräch waren und Ihnen auch versichert haben, dass wir an Ihrer Seite stehen. Das sage ich nicht nur, weil wir direkt nebendran wohnen, sondern weil wir auch ernsthaft verbunden mit diesem Unternehmen sind. Das können Sie mir auch glauben. Die Krise ist schwierig, und sie dauert an. Natürlich ist Weihnachten, wenn wir es mit fünf Personen feiern, anders als in den vergangenen Jahren. Aber was nicht anders ist, ist der Grundsatz, ist der Gedanke, ist die Botschaft von Weihnachten. Es geht genau jetzt nämlich um Rücksicht, um Zuversicht. Es geht um Solidarität und Gemeinschaft. Es geht um ein Grundgerüst, was uns eigentlich jedes Jahr an Weihnachten an die Hand gegeben wird, aber was wir in diesem Jahr besonders brauchen. Die Politik, ja, macht die Verordnung, aber wir benötigen weiterhin die Akzeptanz der Hessinnen und Hessen. Schenken wir uns also hier gegenseitig auch die Kommunikation und die Akzeptanz, wie wir sie in dieser Phase benötigen. Wir haben auch an anderer Stelle eben schon viel darüber gehört. Die Impfung gibt uns auch ein Licht am Ende des Tunnels. Aber das ist noch klein, weil wir nicht wissen, wie viele Impfdosen kommen wann. Aber was wir wissen, ist, dass Hessen da auch gehandelt hat. Da gilt mein ausdrücklicher Dank an den Innenminister Peter Beuth und an den Sozialminister Kai Klose, die sehr engagiert dafür gesorgt haben, dass die Voraussetzungen organisatorisch geschaffen wurden für 30 Impfzentren in Hessen, dass wir vorbereitet sind, wenn die Impfungen kommen. Den Dank weite ich natürlich auf alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus, die dieses ganze Prozedere mit stemmen, ein Prozedere, das es in Deutschland so noch nicht gegeben hat, eine Impfung, die so durchgeführt werden muss. Insoweit können wir nicht häufig genug Danke an dieser Stelle sagen. Danke an die Helferinnen und Helfer, aber danke auch an die Landkreise, die dieses mitstemmen. Da lassen wir die Landkreise auch nicht allein, sondern wir zahlen auch dort mit. Ich glaube, das wissen Sie auch, Frau Feser. Aber ich möchte mich viel lieber jetzt noch der AfD und der Tatsache zuwenden, wie Sie sich mit dem Impfstoff auseinandergesetzt haben. Ich glaube, ein Großteil dieses Hauses eint die Tatsache, dass wir hier nicht mit Angst regieren wollen, dass wir mit Zahlen und evidenzbasiert arbeiten. Aber wenn Sie durch Ihre Tatsache, wie Sie eben den Impfstoff beschrieben haben, diesen in Misskredit bringen, ohne dass Sie nähere Hinweise haben, dann ist das perfide. Das muss ich an dieser Stelle feststellen. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90 Das steht ganz vorneweg. Es geht darum, dass diese Impfung freiwillig sein und freiwillig bleiben wird. Dass in dieser Krise, die erst seit März dauert, jetzt ein Impfstoff zugelassen wird, ja, das ist schnell. Aber das ist auch eine gute Nachricht, die man nicht sofort in Misskredit bringen sollte, sondern man sollte anerkennen, was die Menschen geleistet haben, die daran geforscht haben, dass es so schnell geht, und gleichzeitig nicht vergessen, dass es schon Studien zu den Impfstoffen gibt, in anderem Zusammenhang, z.B. bei Krebszellen. Das sind alles Sachen, die man zusammenschreiben und zusammenhören sollte, bevor man sich hier äußert und solche Vorbehalte aufstellt. Zum Abschluss bedanke ich mich ernsthaft und aufrichtig noch einmal bei unserer Landesregierung, die uns bisher sehr gut durch die Krise gebracht hat, in allen Bereichen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung zeigt das auch weiterhin. Wir müssen weiterhin für diese Akzeptanz arbeiten. Wir müssen viel erklären. Wir müssen die Situation beschreiben, warum wir so handeln. Aber da müssen wir auch alle gemeinsam mitmachen. Einen Wunschzettel habe ich jetzt nicht dabei. Aber ich wünsche uns gegenseitig die Aufmerksamkeit und die Kommunikation, die wir jetzt brauchen. Klar ist, Corona schaffen wir nicht alleine. Also lassen Sie uns gemeinsam jetzt die nötige Geduld und den nötigen Zusammenhalt weiter aufbringen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. – Nächster Redner ist der fraktionslose Abg. Rolf Kahnt. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie hat eines gezeigt und auch einiges bewusst gemacht. Grundrechte und Menschenrechte sind Abwehrrechte gegenüber staatlicher Willkür. Nun bin ich weit davon entfernt, die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als willkürliche zu bezeichnen. Im Gegenteil, sie sind in vielen Bereichen sehr sinnvoll. Aber sie richten sich gegen elementare Freiheitsrechte und ein staatlicher Zugriff, auch nur für bestimmte Zeit begrenzt, soziale Bereiche menschlichen Lebens. Er steht im Widerspruch zum Recht auf gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen. Noch bis Februar 2020 konnte sich niemand vorstellen, mit welcher Pauschalität gerade der Staat heute auf Freiheitsrechte zugreift. Was nun zusätzlich verordnet wird, ist eine politische Kapitulation vor dem Virus. Keine Auswahl effektiver Strategien mehr, kein Vertrauen mehr, welchen Beitrag die Einzelnen zur Risikoreduzierung beitragen können. Stattdessen werden ganze Bereiche des gesellschaftlichen Lebens kollektiv stillgelegt. Verursachungsbeiträge und Wahrscheinlichkeiten, Verhältnismäßigkeiten und Angemessenheit finden kaum Zuhörer. Wer kritisch nachfragt, wird gemaßregelt, denn schließlich könne niemand ausschließen, infiziert zu werden. Obwohl Theater und Oper, Hotellerie und Gastronomie und auch der Sport zudem kontaktlose Sportarten keine Infektionstreiber sind. Wenn nun weitere Verschärfungen vorgesehen sind, muss jedem klar sein, wie folgenschwer sich diese auf unser soziales Leben auswirken und uns weit über Gebühr belasten. Bei allem Verständnis für eine handlungsfähige Exekutive. Doch wenn Richtungen vorgegeben werden, und zwar mit schwerwiegenden Eingriffen in Freiheitsrechte, zumal undifferenziert ausfallen, dann muss dies auf Unverständnis in der Bevölkerung treffen. Auf eine Bevölkerung, die bislang und zwar außerordentlich vernünftig die Corona-Maßnahmen bislang mehrheitlich getragen hat. Wir sind aber an einem Punkt angelangt, wo der Mangel an Verhältnismäßigkeit behoben werden muss. Es muss daher in diesem Haus über verhältnismäßige Maßnahmen diskutiert werden, auch über Fragen, welche Risiken wir für hinnehmbar halten und welche nicht. Das gehört, meine Damen und Herren, zu unserer gemeinsamen politischen Verantwortung, wie es übrigens zu meiner persönlichen Verantwortung gehört, mich im Gegensatz zu manch anderem, der das nicht möchte, impfen zu lassen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Herr Kahnt. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir haben die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten entgegengenommen und besprochen.